Liebe, wie geht es euch? Hat sich mal wieder ein, ja wie nennt man die Trollen, ein Troll eingefunden auf meinem Kanal? Musste natürlich den Kommentar geben, ihren, ich glaube es ist eine sie, Kommentar geben fast auf jedem Video. Ich hoffe, dass sie die Videos angeschaut hat, aber eigentlich hilft es ja überhaupt nichts, ob sie jetzt die Videos anschaut oder nicht. Ja, weil sie leugnet ja dann eh alles und ist nicht offen für das, was die Bibel sagt. Sie hat mir ja gesagt, ja diese Dispensionslehre, die stimmt. Ja, ich habe dann gesagt, ja dann zeig mir mal, wo das stimmt. Fang mal mit dem Antichristen an und beweise mir doch mal wirklich, dass dieser Antichrist oder wer dieser Antichrist ist. Ja, zeigen wir es mal ganz genau. Wer ist denn dieser Antichrist? Wo steht denn die Definition von diesem Antichrist? Ich habe darüber schon die Videos gemacht und ich habe das schon gezeigt, biblisch gezeigt. Ja bitte, dann tu das halt mal selber. Zeig uns doch mal. Das ist ja nur immer ein Geplapper und die Leute, die gehen ja nicht zur Bibel und sagen, dann guck mal hier und hier und hier und hier. Nee, nee. Ja, sie schreien ja bloß und aber sonst ist nichts dahinter. Das ist einfach schade. Ja, dann geht halt zu denen Leute und es gibt ja genügend Leute, die diese Dispensionslehre unterstützen. Es gibt ja tonnenweise Lehrer, Pastoren, die diese Lehre unterstützen. Tonnenweise. Ich habe jetzt vor kurzem ein Video gemacht und zwar, actually das letzte Video, das ich gemacht habe auf meinem englischen Kanal, war über die große Trübsalzzeit. Ja, jemand wollte wissen, ja, ob ich das nochmal erkläre mit dieser großen Trübsalzzeit. Und ich habe ja auch geredet vor kurzem über diese Vorentrückung. Ja, Vorentrückung und das geht ja immer zurück eben auf diese auf diese Trübsalzzeit. Ja, eigentlich früher hat man gesagt, vor Trübsal, vor in der Mitte oder am Ende. der Trübsalzzeit. Ja, also pre-trip, post-trip and mid-trip. Trip means tribulation. Ja, also Trübsal. Das hat man früher gesagt. Und heute, ich weiß nicht warum, dass wir auf einmal heute auf diese Idee kommen, eben mit der Vorentrückung. Und wiederum, wenn Sie sagen Vorentrückung, dann halten Sie sich immer an diese falsche Lehre von dieser Trübsalzzeit. Und deswegen hat mich eben meine gute, wie soll ich sagen, Freundin oder ja, Bekannte, hat mich gefragt. Weil ja das so relevant ist in dieser Dispensionslehre. Ja, und ich möchte das heute ansprechen. Und ich wollte es eigentlich gar nicht machen, dieses Video auf Deutsch. Aber dann, als diese Person, wie heißt sie, hat sie denn geheißen? Äh, ich glaube, Tina. Ja, Tina. Ja, diese Tina hat ja tonnenweise Kommentare gegeben. Und ich möchte halt das jetzt auch machen. Ich weiß ganz genau, dass diese Tina, wie gesagt, ist ein Troll und da kann man eigentlich nichts machen, weil diese Tina weiterhin zerblendet ist. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt weiß. Na ja, ich wurde mal wieder unterbrochen. Aber es war ja erst wirklich wichtig, weil mein Nachbar hat angerufen und er hat mich gewarnt, hat gemeint, dass ich ja nicht alleine hinter meinem Haus wandern soll. Weil vor Stunde oder so hat er schon mal angerufen, mir erzählt, dass er von meinem Haus, zwischen meinem und seinem Haus, ein Berglöwen gesehen hat, also ein Kugel. Ich habe dann rausgeschaut sofort, ich habe nichts mehr gesehen, ich habe nur noch ein Häschen laufen sehen, die Straße runter. Und dann hat er mich wieder angerufen und hat gesagt, geh ja nicht alleine wandern. Ich habe gesagt, okay. Und er hat gemeint, nimm ein Gewehr mit. Und ja, was ich natürlich nicht machen werde. Ich habe gar kein Gewehr. Oh mein. Aber ja, was soll ich da sagen? Ja, mein Video will ich ja über diese Trübsalzeit machen, weil das schon ein Hauptthema ist von dieser Dispensionslehre. Ich habe ja zu genügend über diese Dispensionslehre geredet, die so unsere Gemeinden versauert. Und sie hat gemeint, ja, es ist aber alles recht. Ja, aber ja, ich will halt wirklich beweisen, ich werde jetzt heute beweisen, dass das nicht stimmt. Und dass diese Lehre auf lauter Lügen gebaut ist, meine Lieben. Wo kommt diese Idee her? Ja, da fangen wir mal an. Also ich muss sagen, wenn ihr mehr über Dispensionslehre wissen wollt, ich glaube, ich habe sogar eine Playlist. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Schreibt mir doch mal, was das heißt, Playlist. Es ist also gleich neben den Videos. Wenn ihr die Dinge habt, die Anordnung von Home, also zu Hause oder was weiß ich was, dann kommt Videos, dann kommt Playlist. Und für mich ist halt Playlist. Es ist halt für mich auf Englisch, weil ich ja meinen Kanal auf Englisch eingestellt habe. Und genau da habe ich eine Playlist, das Dispensionalismus heißt. Dann habe ich auch eine Playlist, das Antichrist heißt. Und Leute, die könnt ihr euch anschauen. Ja? Weil da habe ich einige Videos eben zu diesem Thema, wenn ihr mehr wissen wollt über Dispensionslehre. Heute will ich dann speziell reden über ein Teil davon oder ich werde natürlich andere Sachen ansprechen, weil die ja dann dazugehören. Und zwar eben diese große Trübsalzzeit. Diese große Trübsalzzeit ist aufgebaut. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich auch für die 70-Jahr-Wochen eine Playlist habe. Nee, aber das könnte ich mal anlegen. Ja? Es baut sich eindeutig eben auf diese 7-Jahr-Wochen von Daniel auf. Ich habe darüber auch schon Videos gemacht und ich werde eins da unten anbringen. Ja? Und ganz genau zeigen, dass die 7-Jahr-Wochen von Daniel vorbei sind. Ich habe da wirklich eine wirklich intensive Studie gemacht und habe eindeutig bewiesen und gezeigt, dass diese 70-Jahr-Wochen von Daniel vorbei sind. Aber diese Dispensionslehre, diese falschen Lehrer, die benutzen das, um die Leute zu verführen. Und nie, also die meisten, die gucken das nicht an. Ja? Sie gucken sich das nicht persönlich. Vielleicht lesen sie das, aber weil sie ja verblendet sind, weil sie nicht den Heiligen Geist haben und sie total verblendet sind, meine Lieben. Ja? Deswegen sehen sie nicht die Wahrheit. Absolut nicht die Wahrheit. Ich werde nicht darauf eingehen heute, auf diese 70-Jahr-Wochen, weil ich eben, wie gesagt, unten das Video anbringe. Es würde viel zu lang dauern. Ich möchte mich heute noch mehr eben auf diese Dispensionslehre konzentrieren. Und was also mit dieser Dispensionslehre, mit der Trübsalzei, große Trübsalzei konzentrieren und was da alles mit verbunden ist. Weil es sind einige Dinge, die halt da verbunden sind. Aber da fängt die Lüge an. 70 Jahre von Daniel. Und dann springen sie wenn sie, wenn sie das den Leuten eingeredet haben, springen sie dann zu Matthäus 24. Und da Matthäus 24 schwer zu verstehen ist, ja, und es ist schwer zu verstehen, weil sogar der Matthäus durcheinander war. Und warum war er durcheinander? Weil Matthäus eine Verbindung gemacht hat mit der Zerstörung des Tempels und der Endzeit. Ja, er hat also diese, wenn ihr Matthäus 24 anschaut, da hat Jesus geredet von der Zerstörung des Tempels, der vor ihnen stand. Ja, und Matthäus, er hat gedacht, wenn der Tempel zerstört wird, da passiert auch das zweite Kommen von Jesus. Aber das ist ja nicht der Fall gewesen. Und deswegen hat er diese zwei, diese hat er zwei, diese zwei Fragen zusammen gemacht. Ja. Und der Matthäus war nicht nochmal dabei, als die Jünger, die vier Jünger, Jesus gefragt haben. Ja, der war gar nicht dabei. Er hat es also von zweiter Hand bekommen. Die Jünger, die dabei waren, waren, äh, die, ich glaube, werden, wurden entweder in Markus oder in Lukas benannt. Matthäus war da nicht dabei. Aber er hat dann also eben die, die Gospel hin, also das Evangelium schrieb, hat er das in einem zusammengefasst. Die Frage, die höchstwahrscheinlich die Jünger gestellt haben, weil es ja um die Zerstörung vom Tempel ging, ja, war, wann, und das sehen wir halt dann auch im Lukas-Evangelium und auch im Markus-Evangelium, die Frage war, wann wird das geschehen? Und zwar die Zerstörung des Tempels und was werden die Zeichen sein? Das haben sie gefragt. Und nicht dazu noch, und was wird das Zeichen deines Wiederkunfts sein? Ja. Und wenn wir das nicht wissen und wir da durcheinander sind, weil wir ja immer noch denken, haja, äh, äh, der muss ja noch die sieben Jahre Trübs, also die letzte Woche von, ähm, von Daniel muss noch passieren und dann muss ja noch die ganzen Lügen, die dann dazukommen, ah, dann muss ja das, der Gräuel der Verwüstung noch passieren und ah, ja, in Matthäus 24, da ist das der Gräuel der Verwüstung, ja, aber das ist der Gräuel der Verwüstung, der Zerstörung des Tempels im 70 nach Christus, meine Lieben. Ja? Nicht, wenn sich ein Antichrist in den Tempel setzt. Das sind alles Lügen, die halt eben entstanden sind aus diesem, aus diesem 70-Jahr-Wochen von Daniel. Eine Lüge nach der anderen. Die haben das benutzt und die Leute, die haben das halt angenommen. Warum? Weil sie nicht selber das studieren. Sie studieren also nicht Daniel. Sie wissen also dann nicht, wer dieser Prinz ist. Sie sagen, na, dieser Prinz von den, von dem Volk ist, ja, der Antichrist. Es ist nichts da, aber gar nichts, das darauf hinzeigt. Im Gegenteil, der Prinz ist immer ein Wort für, das habe ich auch ein paar Mal schon gezeigt in meinen Videos, auch an anderen Stellen. Zum Beispiel heute habe ich das wieder gesehen, äh, bei Ezekiel, ja, Ezekiel hat auch dieses Wort benutzt. Prinz, ich glaube in 37 oder sowas, für Messias. Es ist ein Wort für Messias, für den Gesalbten, ja, und die Leute, die wissen das nicht. Und die legen das aus, die kommen auf alle möglichen Ideen. Na gut, ich weiß nicht, ob die anfänglichen Leute diese Ideen hatten, die haben ganz genau gewusst, dass das eine falsche Information ist. Ja, die diese Lehre angefangen haben, die haben das gewusst, ja. Ich weiß auch nicht, vielleicht waren sie auch etwas ein bisschen verführt, ne, vom Satan selber. Aber ganz egal, diese Irrlehren kommen alle, weil wir halt an diese Trübsalzzeit, große Trübsalzzeit glauben. Und da natürlich auch wieder, naja, der Tempel muss da sein, damit sich der Antichrist in den Tempel setzen kann. Und das finden wir nirgends, ja. Dass das eine Verbindung hat mit einer Trübsalzzeit, ja. Der Antichrist, ja, setzt sich in den Tempel. Aber der Tempel Gottes wissen wir 100% von Paulus. Ja, und wir wissen das vom 2. Thessaloniker 2. Ja, ich bin nicht so blöd. Ich weiß diese, ich kenne diese Stellen. Ich habe mir diese Stellen schon hinten und vorne und oben und unten und ewiglich angeschaut. Und ich weiß auch, dass dieser Mann der Sünde Sünde nicht der Antichrist ist, den Johannes 1 und 2 beschrieben hat. Ja. Ich weiß das alles. Schaut euch meine Playlist Antichrist an. Damit ihr das lernt, wer dieser Antichrist war, warum das Wort Antichrist überhaupt in diese Dispensionslehre hineinkam. Ja. Es ist eigentlich, dass ein Schimpfwort war von Luther und so weiter und so fort. Ja. Aber da ist ja eine Lüge, kommt ja eine Lüge nach der anderen zusammen. Ja. Und dann gehen wir zu Matthäus 24 und denken, dass Matthäus, Matthäus 24, so der erste Teil von Matthäus 24, dass der Held über diese große Trübsalzzeit redet. Und ja, ja gut, Matthäus sagt ja, und es war nie eine größere Trübsalzzeit oder Trangsalzzeit als während dieser Zeit, als der Tempel zerstört wurde. Ja. Oder der Gräuel der Verwüstung passierte. Ja. Und die Leute kapieren aber nicht, dass diese Trübsalzzeit schon damals passierte, während der Zeit der Jünger, während der Zerstörung des Tempels oder vor der Zerstörung des Tempels. Sie wissen das gar nicht, weil sie erstens mal auch nichts kennen, zum Beispiel über was der Josephus, ja, beschrieben hat. Er war ja Augenzeuge von von dem, was passierte vor der Zerstörung des Tempels und während der Zerstörung des Tempels. Ja. Und solche Dinge wissen die Leute halt nicht. Und es ist einfach schade. Und deswegen können sie dann verführt werden. Und alle möglichen Dinge glauben, natürlich, ich verstehe schon. Weil Gott so und so nie alles offen darlegt. Jesus Christus hat Gleichnisse benutzt, um Gottes Geheimnisse kundzutun. Die Jünger haben gefragt, ja, warum, warum redest du ständig in Gleichnissen? Und er redete in Gleichnissen, weil ja halt Gottes, Gottes Wahrheit nicht immer für alle Leute bestimmt sind. Und besonders halt nicht für diejenigen, die es eh ablehnen. Ja. Also für diese Schweine waren die Perlen nicht. Und die Perlen sind ja Gottes Wort und Gottes Wahrheit. Aber Herr, der gemein, wir sollen unsere Perlen nicht für Schweine schmeißen. Ja. Das heißt Ungläubige. Die eh das Wort Gottes ablehnen. Und ja, im Grunde ja, was machen sie? Sie greifen ja nicht mich an, sie greifen ja das Wort Gottes an. Das ist das Schlimme. Sie greifen das Wort Gottes an. Und, aber ja, es ist schade. Aber genau diese Trübsalzzeit, die ist ja voll, Entschuldigung, aber meine Katze denkt mal wieder, sie muss ihren Schwanz zeigen hier. Das ist ja diese Trübsalzzeit, diese falsche Lehre der Trübsalzzeit ist ja voller falschen Lehren. Und wenn wir uns das anschauen, eben Matthäus, und wir lesen dann in Matthäus 29, da steht eindeutig, dass nach den Trübsalen jener Tagen, ja, wird die Sonne verdunkelt. Und dieser Teil, wenn die Sonne sich verdunkelt und der Mond verliert seinen Schein, liest das selber, bitte geh da hin. Das ist ja aus dem Alten Testament genommen und zeigt eindeutig auf den Tag des Herrn hin. Und auch auf den Zorn, der als erstes kommt. Der Zorn Gottes kommt zuerst. Keine Trübsal. Die Trübsal kommt vor dem Tag des Herrn, vor dem Zorn Gottes. Ja? Und die Trübsalzzeit, die kommt ja 2000 Jahre vor dem Zorn Gottes. Wenn die Sonne dunkel wird. Das müssen wir wissen. Ja? Das heißt, von der Zeit von Jesus, als Jesus gestorben ist, wurden die Jünger, sind die Jünger durch Trübsal gegangen. Durch Verfolgung sind gekreuzigt worden, gesteinigt worden. Ja? Ab dieser Zeit sind die Jünger schon durch Trübsal gegangen. Große Trübsal. Und auch eben nach der Zerstörung des Tempels ging diese Trübsal weiter. Wie viele Leute sind als Märtyrer gestorben? Ja? Vor der Gründung der katholischen Kirche und nach der Gründung von der katholischen Kirche. Ja? Wie viele? Die ganzen wahren Gläubige sind ja immer verfolgt gewesen. Wurden hingerichtet. Sie wurden nicht nur gekreuzigt, später wurden sie dann auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Als Hexen. Ja? Als Gottesleugner und alle möglichen Dinge. Aber sie waren wirkliche Gläubige. Und das ging dann durch die ganze Zeit hindurch. Es hat nicht aufgehört, als die Reformation passierte. Sondern diese Verfolgung ging ja weiter. Bis endlich die Leute dann nach Amerika kamen und dort Freiheit hatten. Religiöse Freiheit. Ja? Das war vor 250 Jahren. So lange wurden die Leute verfolgt. Und die Verfolgung ging weiter, weil ja wir dann nicht mehr verfolgt wurden in Form von, ja, dass sie umgebracht werden. Sondern sie wurden dann anders verfolgt. Wir werden dann heute anders verfolgt. Wir werden heute so verfolgt, dass wir eben diese falsche Irrlehren bekommen. Und so verführt werden. So verlieren die Leute ihre Seele. Ja? Als sie verführt werden. Als sie falschen Irrlehren, falschen Lehren nachlaufen. Ja? Versteht ihr das? Und dann haben wir eben diese Irrlehren, die dann kommen und Kommentare schreiben. Ein Kommentar nach dem anderen. Und ich hoffe, wenn ihr diese Kommentare seht, ich hoffe, dass ihr erkennt, dass diese Leute Wölfe in Schafskleider sind. Oder nicht mal Schafskleider, glaube ich, haben. Sie sind einfach so öffentlich Wölfe, die sich einschleichen, um die Schafe irre zu führen. Aber zurück zu dieser großen Trübsalszeit. Ja, die Trübsalszeit ist groß, die wir jetzt durchmachen. Wir sehen das Wort ja in Offenbarung nur einmal. Und zwar, naja gut, ich glaube, das war auch einmal während dem, steht auch das Wort Trübsal während den Briefen an die sieben Gemeinden, die da auch durch Trübsal gegangen sind. Aber allgemein das Wort große Trübsal finden wir in Kapitel 7. Ja? Von Offenbarung. Und da steht, dass alle Heiligen diese große Schar durch große Trübsal kamen. Alle. Und diese Heiligen, diese große Schar ist ja, sind ja die Heiligen, die Kirche, die entrückte Gemeinde, die nun im Himmel ist, vor dem Zorn Gottes, der beschrieben wird in Kapitel 8 bis 11. Und vorher in 7 werden diese Leute versiegelt, von denen ich ja vor kurzem geredet habe. Und die Gläubigen, das heißt die Braut Jesu, die Gemeinde ist im Himmel. Die große Schar, wenn ihr die Definition liest, wisst ihr ganz genau, dass es die Braut Jesu ist. Natürlich die Leute, die nicht den Heiligen Geist haben, werden das nicht erkennen und sie werden das wieder leugnen. Ganz einfach. Ja? Aber da sehen wir diese große Schar und was wird da gesagt von der großen Schar, dass sie durch große Trübsal kamen. Alle. Wir kommen alle durch große Trübsal. Leute, wenn ihr keine Trübsal habt, dann seid ihr nicht von Satan angegriffen. Dann seid ihr wirklich keine Nachfolger Jesu. Nachfolger Jesu werden immer angegriffen. Die werden immer durch Trübsal gehen, weil der Satan sie ablenken möchte. Er will ihnen die Energie rauben. Er will ihnen die Gesundheit rauben, damit sie nicht effektiv sind, das Evangelium zu predigen. Dass sie die Hoffnung eben verlieren, dass sie nicht mehr Jesus nachfolgen und dann abgeschnitten werden, weil sie keine Früchte mehr bringen. Das ist doch ganz einfach. Ja? Und wenn ihr nicht verfolgt seid oder wenn ihr nicht durch große Trübsal geht, dann seid ihr wirklich keine Nachfolger Jesus. Jesus hat gesagt, nimmt mein Joch auf euch und folgt mir nach. Das Joch, hat er gemeint, ist nicht schwer, aber das Joch ist das gleiche, das Jesus getragen hat. Er ist am Kreuz gestorben. Sein Joch war nicht leicht. Ja? Man hat gemeint, es ist leicht. Es ist auch leicht, wenn wir Jesus haben, weil er uns hilft, da durchzukommen. Durch diese Schwierigkeiten, durch die wir durchgehen. Und wenn ihr denkt, ihr habt keine Schwierigkeiten, wie gesagt, seid ihr wirklich keine Nachfolger von Jesus. Anders geht das gar nicht. Aber diese Trübsalzeit, die kommt vor, sagt Matthäus eindeutig, vor dem Tag des Herrn. Und wenn die Sonne dunkel wird und der Mond seinen Schein verliert, da fängt der Tag des Herrn an. Und da fängt auch die Trübsal, der Zorn Gottes an. Zorn Gottes, Entschuldigung, ich muss da auch manchmal aufpassen. Fängt der Zorn Gottes an. Ja? Und das sehen wir eindeutig in der Offenbarung. Ja? Wir sehen das auch dreimal oder viermal. Wir sehen das in Lukas, Markus, Matthäus und auch Johannes. Johannes beschreibt es aber in der Offenbarung. Und zwar Offenbarung 6. Ja? Im 6. Siegel, da beschreibt er das wieder, dass da nun der Tag des Herrn anfängt. Die Sonne wird dunkel, der Mond verliert seinen Schein und nun fängt eben der Zorn Gottes an. Ja? Und bevor der Zorn Gottes anfängt, dann kommt eben hier die Entrückung. Ja? Die Heiligen sind im Himmel, die große Schar sind im Himmel. Matthäus hat das nicht ganz genau beschrieben, wann diese Entrückung ist. Ja? Sehen wir bei Matthäus nicht eindeutig. Auch nicht bei Lukas oder bei Markus. Lukas gibt uns einen kleinen Anhaltspunkt. Er hat gemeint, schaut nach oben, wenn diese Dinge geschehen. Also wenn der Mond dunkel wird, die Sonne verliert, wenn der Sonne dunkel wird, den Mond seinen Schein verliert. Schaut nach oben. Dann kommt euer Heil. Da kommt Jesus. Der hat das da reingebracht. Aber diese Information, ja genaue Information, wann diese Entrückung ist, wann nun Jesus kommt und seine seine Braut abholt, haben wir schon von der Offenbarung. Ja? Wie gesagt, jedes Mal, wenn der Johannes den Zorn Gottes beschreibt, vorher ist die Braut im Himmel. Zweimal sehen wir es eindeutig. Zum Beispiel, eben wie gesagt, in Kapitel 7, weil dann in 8 fängt der Zorn an. Dann sehen wir wieder die Braut im Himmel, die 144.000 auf dem Berg Zion. Und in 16 wird der Zorn wieder beschrieben. Eigentlich auch schon in 14 und 15 und 16 wird der Zorn wieder beschrieben. Und da wissen wir das. Wir wissen das auch vom Alten Testament her. Und zwar Jesaja 26, 19 bis 21. Ich habe ja das schon so oft gesagt. Müsst ihr euch eigentlich auswendig nicht kennen? Die, die mich, die meine Videos kennen. Ja, die kennen das. Ja? Da wird es wieder beschrieben. Nochmal. Jesaja 26, 19 bis 21. Ja? Da steht es wieder, dass die Auferstehung passiert und danach der Zorn Gottes. Ja? Lies das. Das heißt, wir wissen ganz genau die Reihenfolge. Wir müssen das aber zusammenziehen. Weil der Matthäus hat darüber nicht geschrieben und auch nicht die anderen, weil sie es nicht gewusst haben, meine Lieben. Das war irrelevant. Weil die Entrückung kam dann, oder die Entrückung kommt ja dann 2000 Jahre später. Es war nicht so, wie die Jünger das geglaubt haben. Wie gesagt, die Jünger haben geglaubt, dass Jesus wiederkommt während ihrer Lebzeiten. Und ganz besonders halt, wenn der Tempel zerstört wird, dann muss er ja wiederkommen. Und das war aber nicht der Fall. Ja? Das heißt, dieser Tempel, diese Zerstörung dieses Tempels, dann mussten sie ja auch wieder etwas erfinden. Weil sie das nicht akzeptieren wollen, dass der Tempel zerstört wurde, 70 nach Christus und dass das der Gräuler Verwüstung ist, haben sie natürlich dann wieder etwas erfinden, eine Lüge erfinden müssen und haben gesagt, naja, das ist ein dritter Tempel, der gebaut wird. Und das ist ja nicht der Fall. Ein dritter Tempel in der Bibel können wir nicht finden. Wenn ihr irgendwas da wisst, bitte zeigt es mir biblisch. Ja? Biblisch. Und zeigt mir aber nicht Offenbarung 11, weil das nicht stimmt. Weil alle Tempel, die von Johannes erwähnt sind, in Offenbarung, sind alle im Himmel. Ja? Sind alle im Himmel. Guckt euch bloß Offenbarung 11 am Ende an. Steht eindeutig, der Tempel ist im Himmel. Ja? Guckt euch das an. Offenbarung 11 am Ende. Das ist der Tempel im Himmel. Ja? Was soll ich da noch sagen? Ich habe mir diese Dinge angeschaut. Ja? Ich bin selber aus der Dispensionslehre gekommen. Und ich habe mir deswegen diese Lehren angeschaut. Eins nach dem anderen. Ja? Weil mich der Heilige Geist aufgewegt hat und hat gesagt, da stimmt doch was nicht. Ja? Da stimmt doch was nicht. Das kann doch gar nicht zusammenpassen. Und dann habe ich mich selber hingesetzt und die Bibel gelesen. Und ich gehöre keiner Sekte an. Ich gehöre keiner Gruppe an. Ich gehöre keinem Lehrer an. Oder sonst was. Ich benutze nur den Heiligen Geist, der mich wirklich leitet. Und das sollte bei jedem der Fall sein. Niemand sollte jemand nachlaufen. Auch nicht mir. Aber ihr müsst euch das selber anschauen, was die Bibel sagt. Ihr müsst es selber studieren. Und diese ganzen Irrlehren um diese große Trübsalzzeit herum sind falsch. Also kein Tempel. Kein Antichrist, der erst kommt während dieser Trübsalzzeit. Ja? Der Mann der Sünde, den ja viele Antichristen nennen, ist jetzt schon hier. Der Mann der Sünde von 2. Thessalonika 2, den Paulus beschrieben hat. Da müsst ihr die Beschreibung lesen. Und die Beschreibung stimmt halt auf, erstens mal das kleine Horn hin, in Daniel 7. Da müsst ihr das Lesen vergleichen, die Beschreibungen. Da passt es drauf hin. Dann passt es auch auf, eben Daniel 11, 36. Und dann passt es auch auf die Babylon, die Große. Ja? Von der ich ja tausendmal schon erzählt habe. Und auch in dieser Playlist Antichrist habe ich das eindeutig gesagt. Oder gezeigt durch die Bibel. Und wenn jemand nicht fähig ist, diese Dinge zu zeigen in der Bibel, ja, und nur zu plappern, plapp, 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 plappern, ja, dann brauche ich das nicht. Dann geht bitte zu euren falschen Lehrern und weiterhin seid verblendet und läuft diesen Leuten nach. Ja? Macht das. Aber bitte zeigt mir eindeutig, wo wirklich die Dispensionslehre und fängt halt an mit dieser Trübsalz, großen Trübsalzzeit. Die ja nie erwähnt wird in Offenbarung. Und die Offenbarung ist ja, soll Endzeit sein. Dann hat mir auch jemand gefragt, ähm, ja, ähm, ich denke oder ich habe gesagt, dass alles schon erfüllt ist. Nein, vieles ist erfüllt, ja, aber vieles ist noch nicht erfüllt. Der Mann der Sünde ist hier. Babylon, die Große, ist hier schon 1500 Jahre, meine Lieben. Und so lange, man kann sogar zurückgehen auf Konstantin, dann ist der Mann der Sünde noch länger hier. Ja? Er ist schon ewiglich hier und tut schon ewiglich sein Unheil treiben. Und er ist derjenige, der uns ja ablenken will von diesem Mann der Sünde, der er selber ist. Und diese Lehre, die Dispensionlehre fing ja mit dem Papst an. Oder Papsttum, mit den Jesuiten, ja, die das Werkzeug sind für den Papst. Die ja versuchen, das Papsttum zu erhalten. Warum? Weil er halt Stellvertreter ist für Satan selbst. Ja? Ist doch ganz eindeutig. Aber ja, macht diese Studien. Was ist noch verbunden mit dieser Trübsalszeit? Ja, dieser Antikristall vor allem. Und wie gesagt, ähm... Der Tempelbau, ja. Und auf den Tempelbau, da geht er auch zurück, dass eben Israel wieder in das Land zurückkommt. Und dieser Zionismus ist ja auch verbunden mit der ganzen Trübsalszeit, ja. Während dieser Trübsalszeit kommen die Juden wieder, glauben an Jesus. Das ist aber nie der Fall. Ja, das ist nicht der Fall. Weil, wenn wir anschauen, diese zwei Zeugen während dem Zorn Gottes, ja, sie tun ja diese Zeugen sogar noch umbringen. Und sie schützen sie nicht. Sie kommen nicht zum Glauben während diesem Zorn Gottes. Noch nicht mal während dem Zorn Gottes. Aber ich komme zum Ende. Ich habe schon genügend gesagt. Ich versuche ja, meine Videos, ja, kürzer zu halten, weil es so lange dauert bei mir, äh, bis ich diese aufladen kann. Ja, meine Lieben, ich komme zum Ende. Ich habe halt gedacht, es ist sehr wichtig, dass ich dieses Video mache, ja. Ich denke nicht, dass die Leute, die meine Videos kennen, dass ich die durch solche Leute verfolge. Verführen lassen, ja. Die so ein, so Lügen verbreiten, ja. Ihr Lehren verbreiten und auch nicht mal das wirklich biblisch zeigen, ja. Ich denke schon, dass diese Leute, die mich zum Beispiel abonnieren, dass sie ganz genau wissen, ja. Biblisch auch wissen, was die Bibel lehrt. Kommen wir zum Ende. Lasst den Heiligen Geist euch immer leiten.